Herzlich Willkommen zum iMox Kurs Programmieren Lernen mit Python Grundlagen. Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast, mit uns Programmieren zu lernen. Mein Name ist Michael Weiß und zurzeit absolviere ich das Masterstudium Software Engineering und Management auf der TU Graz. In diesem MOOC, welcher mit inhaltlicher und didaktischer Unterstützung von Gerald Geyer und Josef Wachtler ausgearbeitet wurde, werden wir dir Schritt für Schritt die Grundlagen des Programmierens mit Hilfe der Programmiersprache beiden näher bringen. Ob du bereits erfahrener Programmierer bist oder noch nie programmiert hast, wir sind uns sicher, dass du aus diesem Kurs viel nützliches Wissen mitnehmen kannst. Für den Kurs brauchst du keine Programmiervorkenntnisse, nur einen Desktop-PC oder Laptop mit dem Betriebssystem Windows, Linux oder macOS, um deine selbstgeschriebenen Programme ausführen und testen zu können. Sehen wir uns gleich die Kursübersicht an. Der Kurs ist in vier Lektionen unterteilt und diese bauen alle aufeinander auf. Die erste Lektion wird etwas theoretischer sein. Ab der zweiten Lektion beginnen wir dann, Python-Code zu schreiben und erlernen und üben neue Programmierkonzepte. Hier werden wir uns insbesondere auf Variablen konzentrieren. In Lektion 3 sehen wir uns an, wie wir Daten von Benutzern unseres Programms einlesen und wieder ausgeben. Weiteres werden wir wichtige Konzepte kennenlernen, mit denen wir unseren Programmfluss steuern können. In Lektion 4 gehen wir noch genauer auf den Datentyp der Listen ein. Am Ende des Kurses bist du dann in der Lage, einfache Programme mit beiden zu schreiben. In der ersten Lektion geht es um das Thema Programmieren im Allgemeinen und wichtige Grundkonzepte, die jeder Programmierer kennen sollte. Also was bedeutet Programmieren eigentlich? Programmieren bedeutet, ein Computerprogramm zu erstellen. Ein Computerprogramm ist eine Reihe von Instruktionen oder Anweisungen, die der Computer ausführt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Welche Werkzeuge benötigen wir, um ein Computerprogramm zu erstellen? Natürlich brauchen wir zunächst einen Computer mit einem Betriebssystem, einen Algorithmus, der unser Programm darstellt, eine geeignete Programmiersprache, sowie einen Texteditor oder Entwicklungsumgebung, um den Algorithmus überhaupt schreiben zu können. Sehen wir uns zunächst genauer an, was ein Algorithmus überhaupt ist. Ein Algorithmus ist eine genaue Anweisung, wie eine Problemstellung gelöst werden soll. Er besteht aus mehreren Einzelschritten, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Dabei werden Eingabedaten durch den Algorithmus in Ausgabedaten umgewandelt. Algorithmen haben noch weitere Eigenschaften. Ein Algorithmus muss eindeutig und ausführbar sein. Das bedeutet, dass er keine Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten haben darf und alle Anweisungen halten muss, um ein Problem zu lösen. Außerdem muss der Algorithmus in endlicher Zeit abgeschlossen werden. Er darf also keine unendliche Anzahl von Schritten ausführen und muss ein bestimmtes Ergebnis liefern. Zwei weitere wichtige Eigenschaften von Algorithmen sind Determiniertheit und Determinismus. Determiniertheit bedeutet, dass der Algorithmus mit gleichen Eingabedaten immer die gleichen Ausgabedaten produziert. Determinismus bedeutet, dass immer nur ein bestimmter nächster Schritt in Frage kommt. Der nächste Schritt ist also immer eindeutig bestimmt. Sehen wir uns das alles an einem einfachen Beispiel an. Ein Kochrezept stellt einen Algorithmus im Alltag dar. Wie wir bereits gehört haben, wird bei einem Algorithmus eine Problemstellung gelöst. Hier ist unsere Problemstellung das Umwandeln von Zutaten in ein fertiges Gericht. Unsere Eingabedaten sind also die Zutaten für das Gericht, das wir kochen wollen. Danach werden die Anweisungen des Rezepts Schritt für Schritt abgearbeitet. Die Zutaten werden vermengt und schließlich im Ofen gebacken. Wir erhalten dadurch das fertige Gericht. Das fertige Gericht wird ausgegeben und der Algorithmus ist beendet. Dieses Prinzip lässt sich auf viele verschiedenen Dinge anwenden. Zum Beispiel folgt das Berechnen des Body Mass Index oder das Kaffeekochen einem Algorithmus. Den ersten Punkt, den wir benötigen, um Programme zu erstellen, haben wir nun geklärt. Wir wissen jetzt, was ein Algorithmus ist, doch wie schaut das jetzt mit dem Computer aus? Wir wollen ja dem Computer bestimmte Anweisungen geben und dafür brauchen wir eine passende Programmiersprache. Doch was genau sind Programmiersprachen? Programmiersprachen werden von Programmierern verwendet, um dem Computer Anweisungen zu geben. Diese können unterteilt werden in höhere Programmiersprachen und Maschinensprache bzw. Maschinencode. Höhere Programmiersprachen werden von uns Menschen verwendet, da sie leichter verstanden werden und natürliche Sprachelemente verwenden. Maschinensprache hingegen ist die einzige Sprache, die der Computer versteht. Sie wird von ihm direkt ausgeführt und besteht aus einer Folge von Binärzahlen. Doch wie funktioniert das jetzt, wenn der Computer höhere Programmiersprachen nicht versteht? Höhere Programmiersprachen werden in interpretierte Sprachen und kompilierte Sprachen eingetellt. Kompilierte Sprachen wie C, C++ oder C Sharp werden vor Ausführung durch ein Computerprogramm namens Compiler in Maschinensprache übersetzt. Bei interpretierten Sprachen wie zum Beispiel Python, Ruby oder PHP kommt der Interpreter der jeweiligen Sprache zum Einsatz. Ein Interpreter führt das Programm, das in höherer Programmiersprache geschrieben wurde, Zeile für Zeile direkt am Betriebssystem aus, ohne das gesamte Programm vor Programmstart in Maschinensprache umzuwandeln. Wie wir bereits gehört haben, verwenden wir in diesem Kurs die Programmiersprache Python. Python ist eine interpretierte höhere Programmiersprache und ist im Vergleich zu anderen Programmiersprachen eine sehr anfängerfreundliche Sprache. Da wir jetzt wissen, was ein Algorithmus ist und welche Programmiersprachen es gibt, benötigen wir nur noch ein Tool, um unser erstes Programm zu schreiben. Wir müssen noch irgendwo unsere Anweisungen hinschreiben. Um diese Anweisungen zu schreiben, stehen uns eine Vielzahl von Texteditoren wie zum Beispiel Visual Studio Code oder Notepad++ zur Verfügung. Für erfahrene Programmierer gibt es auch Entwicklungsumgebungen, auch IDEs genannt, wie zum Beispiel PyCharm. Diese besitzen eine Reihe von weiteren Programmiertools für erfahrene Programmierer. Python-Anweisungen können auch direkt im Terminal des Computers geschrieben werden. Ein Terminal ist eine Oberfläche, die verwendet werden kann, um dem Betriebssystem direkt Befehle zu geben. Außerdem bietet Python eine integrierte Entwicklungsumgebung namens IDLE, um Python-Anweisungen zu schreiben, zu testen und auszuführen. Werden Python-Anweisungen in Texteditoren oder IDEs geschrieben, müssen diese dann in einer Datei mit der Dateieindung .pi gespeichert werden. Den Text in diesen Dateien nennt man auch Quellcode oder Programmcode. Diese müssen dann noch vom Interpreter aufgerufen werden, um das Programm auszuführen. Genaueres dazu lernen wir aber in der zweiten Lektion. Wir haben jetzt alle Werkzeuge besprochen, um unser erstes Programm zu schreiben. Wir wissen jetzt, dass wir einen Algorithmus in einer bestimmten Programmiersprache erstellen müssen. Dafür können wir einen Texteditor, eine IDE oder das Terminal des Computers verwenden. Da dieser Kurs die Programmiersprache Python behandelt, möchte ich zum Schluss der ersten Lektion noch kurz auf Python selbst eingehen. Python wurde 1991 veröffentlicht und von Guido Van Rossum entwickelt. Wie bereits besprochen, ist Python eine interpretierte, höhere Programmiersprache und ist perfekt für uns geeignet, um Programmieren zu lernen. Sie besitzt eine einfache und für den Menschen leserliche Syntax. Außerdem erfreut sie sich einer großen Community und kann auf allen Betriebssystemen ausgeführt werden. Die aktuelle Version, Stand Dezember 2022, ist 3.11.1 und wird laufend weiterentwickelt. Python kann ganz einfach auf vielen verschiedenen Betriebssystemen installiert werden. Wie das funktioniert, ist auf python.org beschrieben. In den Kursunterlagen befindet sich eine detaillierte Anleitung zur Installation für die Betriebssysteme Windows und macOS. Somit endet unsere erste Lektion. Wir haben uns mit dem Thema Programmieren beschäftigt, sowie wichtige Grundkonzepte und Tools wie Algorithmen, Programmiersprachen, sowie Editoren und IDEs besprochen. Beim nächsten Mal schreiben wir unseren ersten Programmcode und werden das Konzept der Variablen kennenlernen. Bis zum nächsten Mal.